Also, Vorgeschichte ist ganz einfach. Liklason, Guglason. Wir gucken ihn uns an. Er ist oben, er ist oben, er ist genau über mir. Guglason! Sagt mir einer auf Islandisch mal. Idisuda! Bekannt aus allen Panini-Heften. Also, folgendes. Der Mann war im Nationalteam von Island. Der ist aktuell Kandidat bei Let's Dance. Und ich glaube auch Top-Favorit. Und wir haben hier Mario Kart gespielt und ein bisschen rumgeschrieben. Und auf einmal von oben. Kein Witz. Von oben. Bis jetzt. Aber Tage davor habe ich mich schon immer gefragt. Hör zu. Wer da oben so Lärm macht, ne? Weißt du, was ich meine? Weil er die ganze Zeit mit irgendwelchen Stöckelschuhen, ich weiß nicht. Besuch wird der ja keinen haben, oder? Wenn dann um halb eins noch. Ich weiß doch auch nicht. Das sind die Geräusche, die ich höre. Was meinst du, was der wahrscheinlich erzählt zu Hause? Der ruft an in Island. Da kannst du nicht glauben. Sag ich, ja was? Ihr wart gar nicht, glaube ich auch Rick. Da unten SM-Party. Der macht aber ganz harte Schlag. Ganz harte. Du weißt doch nicht, was der erzählt. Weiß ich doch nicht. Wie geht das mit dem Handy, dass ich klopfen gehe? Weil die Leute denken, ich habe keine Eier. Komm her. Oh, Baby. Ihr seht mich auch über Handy. Okay, pass auf. Sollen wir Alge? Sollen wir ihm Alge mitbringen? Was für Geschenk? Soll ich ihm ein T-Shirt? Grüße M. Schön T-Shirt, he? For you. Neighbor-Geschenk. Ha ha ha. Pass auf. Wir machen ihm erstmal ein Neighbor-Geschenk. Ich zeige euch jetzt erstmal Bude nochmal zeigen. Hier. Hier bin ich daheim. Guckt ihr das an. Guckt ihr das an. Guckt ihr doch das an. Bett frisch gemacht. Hier bin ich daheim. Hier wohne ich. Das ist mein Streaming-Setup, dass ich das mal von außen sehe. Schon Geisteskampf. Einmal packe ich den Multi ein. Packe ich einmal beim Alge-Original mit einblenden. Packe ich einmal Maracuja-Ei, he? Na ja, komm. Kauf sein Prospekt mit mir. Hab' ich schmeckt gemacht. Gut. Hier ist sie übrigens. Die Matusalem-Flasche. Guck sie dir an. Hier ist sie. Tatsächlich die Matusalem-Flasche, ey. Ich bringe ihm noch eine Flasche Kölsch mit meinem Gesicht drauf. Zwei. Vielleicht trinke ich auch mit, weiß ich noch. Hoffentlich hat er keinen Besuch. Ey. Geh ihn noch. Habt ihr den gehört? Ich glaub, der schärft da drin, Mester. Okay, wir gehen hoch. Krieg deine Schnauze. Wenn der unfreundlich ist, krieg der da nichts. Soll ich sanft klüpfen? Hallo? Hallo? Ah, hier, Fernseher. Ah, hier, Fernseher. Ich höre, du bist da. Knossi. Und von unten. Knossi. König. Willkommen, alle Mann hier. Mein neighbor. Ich komme nicht. Ja, live? Nein, nicht live. Doch. Doch, natürlich. Ich komme rein. Kommst du rein? Ja. Wow. Oh, sieht aus wie bei mir. Riklas und Douglas noch. Riklas und Douglas noch. Sorry. Ich habe keine Maske. Ja, aber ich. Reicht. Sorry for loud. Alles gut. Machst du hier mal tanzen? Ja, tanzen, tanzen. Immer tanzen hier. Okay. Das ist wirklich live. Guck dein Handy. Switch meine Channel. Nein, das ist nicht live. Doch, das ist live. Ich habe unten ein Computer. Ich mache Handy noch. They see out. Mobilkamera. Wirklich? Wirklich, no joke. Oh, Gitarra. Ja. Du guckst Günther ja auch? Ja. Okay, ich hole was für dich. Ja? Speak to people. Ja, ist das richtig live? Ja, wirklich. Okay. Der echte, Rurik, vom Panini-Album. Ich hole was für dich. Ja, okay. Andere Leute. No joke. Hä? Ja, das ist ein Saus und Borschen. Geschenke. Mach auf. For you. For me? Ja. Und was ist das? Alkohol. Mehr noch. Und das hier? Kölsch, Bier, mit mir. Nicht schlecht. Für neighborhood Freunde. Kaufler, ich bin. Du bist ein Kaufer, oder? Natürlich. Okay, okay. Und das hier? Probier an. Super. Cool, oder? Super cool. Super cool. Alter, ich bin wirklich da. Da ist doch für alle Frauen auch. Der Schwarm aller Frauen. Ja. Rolex, der Mann. Top, der Mann. Ich habe dir noch hier mitgebracht. Schön. Alga. Meine Drink. Echt? Alles? Ja? Liegt halt. Da muss ich dir etwas geben. Hast du? Nein, du musst mir nichts geben. Ehrlich. Slend ist ein Glacier Gin. Wow. Für dich. Das ist von Iceland. Mein eigener Gin. Nein, echt? Doch, doch, doch. Wow. Alter, ich liebe Gin. Ja. Glacier Gin. Glacier Gin. Das ist mein eigener Drink. Autogrammkarte auch. Ich komme einfach hier rein. Keine Probleme. Wie alt bist du? 31. Oh ja, wie ich? Aber warum sehe ich so aus? Was ist das? Das ist mein Likon. 34. Kein Wunder, wendet er sich ab bei dem Gesicht bei mir. Wie kann man auch so aussehen wie du? Der sieht aus wie Exor. Ja. Wie Ektor sieht der aus, oder? Hollywood, Bollywood. Hat keine Ahnung, ich nehme ihn mit. Nimm deinen Schlüssel mit. Du hast mal einen Schlüssel, genau. Nein, das ist meine. Das ist bei. Achso. Bist du froh, mich zu können? Ja, klar. Ja, klar. Hi, Leute. Wie viel, wie viel, wie viel? 15.000. 15.000? Ja. Da ist er für euch. Aus dem Panini-Heft. Schöner kann es nicht sein, oder? Der echte. Er ist da. Guckt es euch an. Er ist da. Hab ich hier mein Setup. Ich bin Streamer auch, weißt? Streaming of Twitch? Ich muss es ihm erklären, ein bisschen, ne? Wow. Hier, Rorik. Ist das herrlich? Ach, ich verstehe. Hörlich. Nee, der meint ja mich. Ich bin einfach hochgegangen, Chad. Alle haben gedacht, ich trau mich nicht. Ich hab immer People hier getold story. Ich hab den Leuten erzählt, du machst immer Ärger um. Ich hab doch gehört, lüg doch nicht. Du hast immer bumm, bumm, bumm. Weil ich hier rumgeschrien hab. Hörst du mich manchmal? Nein, nicht. Hör mich? Dann ist es der andere, der Geleckte von Let's Dance. Der dunkelhaarige Tänzer. 400 Mal, wir haben ihn alle doppelt. Dein Panini-Bild so oft im Paket. Überleg mal, Chad, es gibt noch Leute, die kennen auch keinen Twitch, ne? Die letzten Jahre, das ist, ich bin famous geworden. Ja. Glücksspiel. Echt? Casino-Spiel. Und dann hast du deine eigene Show begonnen? Live, live, live. Dann hast du deine eigene Show begonnen? Ja, dann hat RTL angerufen, super, super. Ja. Mach deinen Show. Okay. Doch, ja. Kann man so sagen. Und jetzt sind wir unsere Neighbors. Und jetzt sind wir Neighbors. Aber einmal hab ich immer halb eins war oben noch. Hast du manchmal deine Frau dabei? Nein. Aber du bist Single? Nein. Nein, nein, ich bin nicht Single. Aber dann übt ihr manchmal oben, gell? Probe machen, ne? Ja, ich hab dir ja gerade gebaut. Das bin ich. Du musst mich nicht zurück. Ich folge, warum soll ich dir folgen? Für was? Tja, gute Frage. Was gibt es bei dir zu sehen? Ruri Gislason, live. Dann eins sagen und dann gehe ich eschen, ja? Ja, eins sagen, wäre super. Bis gleich, Leute. Bis gleich. Stinkt wie ein Schwein, Alter. Der sieht aus wie ein Topmodel. Ich stinkt wie ein Schwein. Ich bin ohne Scheiß. Ich denke mir fast wirklich gerade. Ich finde den geil. Ich finde den geil. Der macht mich an. Fühlst du das nochmal? Der macht, der tönt mich an. Er ist wirklich da. Was ihr labert? Der ist wirklich da. Barfuß wie in Berlin-Kreuzberg. Die Straßenkünstler. Ladies and Gentlemen, it's Showtime. Hier ist Riklazon Guglazon. Schönen Hinsetzen, Blatt. Schönen Mittag. Rein. Schönen Hinsetzen, Blatt. So go on and have your fun Du kannst wirklich Feel freedom while acting done Chase after the setting sun We'll laugh about it later when we're older 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 We'll laugh about it later when we're older Older What do you know, Sido? He does have a panini That's not panini Zeig mal Sido auf dem Panini-Bilder-Chat. Okay, warte mal, ich zeig ihm. Warum hast du ihn zweimal verkackt? Das ist Sido. Ah ja, ihn kenne ich, von The Voice. Ja, aber jetzt ist das Now, das ist unten. Was war greatest moment? WM. Playing WM, ja. Und Champions League, auswärts gegen Real Madrid. Ich habe den Trikot von ihm bekommen. Ja, Tosch. Hast du noch zu Hause? Ja, er hat vielleicht nicht meinen. Er hat einen auch Ebay rein. Ja, aber du bist so wunderschön, ey, das ist schlimm, ich habe Komplexe, ich denke, ich bin Dreck. Nein, du bist auch nicht schlecht. Was nicht schlecht? Du bist ganz okay, sagt er zu mir. Du bist auch ganz okay. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht, was nicht schlecht. Du bist auch ganz okay, sagt er zu mir. Ihr wisst genau, was das ist. Du bist auch okay. Ich habe geklopft, freundlich. Freundlich nicht. Ich hatte Angst, ich habe einen guten Erfolg gesehen. Du hast Angst, warum? Patrick Swayze hätte auch keine Angst. Patrick Swayze hätte auch keine Angst. Patrick Swayze. Ey, wie toll siehst du aus. Und jetzt kommt es rein. Wie heißt der von Vikings? Ragnalobro. Ragnalobro. Mein Opas Name war Ragnalobro. Wow, Alter, die Isländer, gell? Ihr seid Wikinger gewesen, ne? Ich habe da hinten eine Champagnerflasche für 5000 Euro. Ich habe das gesehen. Wo? In deinem Küchen. Wann hast du das gesehen? Auf dem Weg zu hier. Hast du direkt geguckt, was man hier... Nein, ich... Das... Wie kann man das so schnell sehen? Matthäusern, habe ich Geschenke gekriegt in meiner Show. Ein Gast hat mir Gift gegeben. So gross. Geschenk. Jeder Gast muss ein Gift bringen für mich. Echt? Was soll ich das bringen? Ich habe den Gift. Teuer. Die Uhr kannst du nochmal. In die Kiste packen. Das letzte Lied, Abschlusslied. Ragnalobro. Mit dem Abschlusssong. Sing ein schönes Lied. Dein bestes Lied. Dein Lieblingssong. Dein Lieblingssong. Dein Lieblingssong. Dein Lieblingssong. Hindi Musik So... Je leere immer so. Und die Frauenherzen schmelzen dahin. Ich komme sofort. Dankeschön. Hat die gefahren? Crazy. Richtig crazy. Was will meine Mutter jetzt? Hör mal, hör mal, meine Mutter. Hör mal, meine Mutter. Hör mal, meine Mutter. Die ist doch nicht ganz sauber. Meine Mutter ist echt geisteskrank. Hier. Bitte mal was zu trinken an. Du trinkst da und da sitzt trocken. Sag mal. Du bist ein schlechter Gastgeber. Kinders, jemand von euch hätte mir sagen können. Okay, warte mal. Du findest den geil, gell, Mutter? Quach, der ist ein Jüngling. Was soll ich damit? Toyboy? Ah ja, bitte. Quatsch. Klar, du bist ein attraktiver junger Mann, aber mehr auch nicht. Du bist schöner. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.